Okay, dann gehen wir rein. Ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Ist das selbsterklärend, die Leute, die das schon gespielt haben? Wollen wir eine Story? Ja, lass kurz, ähm, Tutorial spielen. Ist das Propaganda? Hasse Horror ist nicht so Horror, glaube ich. Ich mag das auch nicht. Boah, dieser Sound ist so gruselig. Robert Chen, Missing Person. Schere hoch, Robert. Chat, wir werden... Wir stehen jetzt gemeinsam mit unserem Mann. Ich kann das bewegen. Wieder im Truck, wir sind zurück. Yeah. Also wie... Target Flashlight. F-Maus-Button, take Van-Key. Okay, vermisste Schüler geht's wahrscheinlich, oder? Das macht Spaß. Hey, da oben kann man nicht kaputt machen. Okay, jetzt steht kurz. Mann, nee, keine Lust. Ich hab kein... Nee, ich rufe Heiko an. Ich rufe Heiko nicht an. Ich rufe Heiko nicht an. Ich rufe Heiko nicht an. Oh, gar nichts schlimm. Ähm, ich weiß nicht genau, was das Ziel ist in dem Game. Okay, wir gehen einfach mal schreien, wa? Leute, sie finden, ja, die... Okay, okay, das muss... Okay, Digga, hä? Du saß ich gerade eben nicht... Wait, where am I? Ach, ist das jetzt dieser Backstrom-Shit? Ich hör was laufen, nö, nö. Oh mein Gott, ich hab ein Mikro... Oh mein Gott, oben rechts ist... Oh mein Gott! Oben rechts ist so ein Mikro-Ding, wo die ganze Zeit ausschlägt, wenn ich rede. Also hört man... Hört ihr mich in Game? Ich weiß nicht, irgendwie... Is this the key? So Schlüssel hierfür... Was hier? Irgendwas... Porno-Couch... Die Grafik ist doch ganz, ganz weird. Oh, hier was? Ist das hier so laut? Ist nichts. Schränke oder so? Oh ja, oh! Batterie. Oh! Found Codex Entry. Werde ich eigentlich lesen? Ich kann das alles selber lesen, ihr Wichser. Was für Codes in meiner Erinnerung? Ich kann das nicht lesen. Da läuft schon was. Was für Codes? Kann ich auch noch irgendwas erkennen? Was für Codes in meiner Erinnerung? Das war die Musik. Was für Codes in meiner Erinnerung? Was für Codes in meiner Erinnerung? Ein Stuhlkreis. Die Ahnung mit dem Alkoholiker wurden unterbunden von mir. Oh, das sieht mir hier nach einem wichtigen Raum aus. Welcome to the ARC training program. Our goal is to equip you with the knowledge and skills necessary to safely navigate the anomalous dimension known as the Lambda Superstructure. As you may know, ARC is dedicated to exploring and mapping out the Lambda Superstructure. This dimension can be a challenging environment. And it's important to be aware of the signs that indicate the presence of entities. If you encounter flickering damage. If you are aware that this may indicate the presence of an entity. In these situations, it's important to remain calm and take precautions to ensure your safety. If you find yourself in a dark environment, be aware that this may also indicate the presence of an entity. It's important to always have a source of light with you and to remain focused and alert. If you encounter a friendly looking animal, it's important to be cautious. I wish you the best of luck in your journey. Stay safe and always be prepared. Have a sweet story. See you guys? Oh, no! Okay. Und dann schauen wir uns her. I just need a key. I just need a key. Heh? What a wall? I mean, that's in F-Line so, that so lange nichts passiert jetzt und mich gleich so aus dem Leben ficken und so kalt erwischen. Ich weiß nicht, wo ich den Dank für den Rage los muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich schon war, aber nicht. Hier war ich schon. Die Bibliothek war schon, da war ich schon, da war ich schon. Ich brauche den Schlüssel für da wahrscheinlich dafür. Wo kriege ich den beschissenen Schlüssel her? Oh, warte mal. Oh, was ist das denn? Ich habe noch etwas gehört. Puppe, Digga. Physikal ist schön. Man, kein Plan. Ich habe Bock, so viel zu lesen, Digga. Gib mir jetzt hier mal einen Schlüssel. Ich check gar nichts. Hallo. Hallo, 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 hallo. Stanni? Das ist ein neuer Raum hier. weiß noch nicht oder sieht da unten naja wo komme ich da ran digga kann sein das ist gar kein horror ein bisschen verarscht mich aber nur das ist einfach nur ein spiel wo man seine zeit verschwendet und man so nach 10 stunden erst merkt dass man das nichts passiert wenn ich verarscht das ist ein soziales experiment wie lange man das spielt welcher monkey das mitmacht ich weiß nicht bin ich zu ungebildet für das spiel bisschen gruselig ich 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 hab mir jetzt über den Impfnicht, Digga, chillt. Wo ist es hin? Hä? Double click to use. Ich mach das doch. Wie das nicht? Schade. Ich hab mich alles gelootet. An einem Lüftungsschacht, Digga. Wo hab ich nicht alle geguckt? Warte, hier war einer? Ne. Das nicht. Die sind alle zu, ne. Die ist nicht drin. Hä? Hä? Wo ist das Inventar? Ist das mein Inventar? Ach sooo. Oooooooohh. Aaaaaahhh. Oh! Digga, ich kann sowas nicht. Ich hab voll keinen Bock auf Vorrätspiele. Ich hab gar keine Lust hier. Ich hab keinen Bock. Das ist einsammeln. Das ist einsammeln. Ich hab keine Lust hier. Das war's für heute. Jedes Mal, wenn dieses Ding kommt, werde ich in einen neuen Raum tippe, oder? Ja, das laufen doch auch, oder? Was hat hier gepeelt? Bombe, Leute, Bombe. Run, hide, escape. Nope. Hallo, nicht rein. Bitte. Ich muss noch wieder rein. Dann war ich da unten schon, ich war doch schon unten da bei dem Ding. Da war doch die, da hab ich doch das Licht angemacht. Reading takes your places. Das ist natürlich scheiße, wenn meine Batterie da geht. Wir fahren jetzt fast überall. Was machen wir jetzt? Beim zweiten TV gab's keine Kassette, nein. Schere heben. Aufzug? Da war was, nein, oder? Schlüssel, wo? Wir haben halt einen Schlüssel. Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier, ich bin hier, ich check null, was abgeht. Inventar, ja, aber das ist der Autoschüssel. Das läuft meing. Das ist der Autoschüssel. Das war장ina. Das ist der AutoschРИige, der Autosch invaded. Und kann man auch das mal mike would розchützt? Oh, das ist der Autosch permite. Das ist der Autoschannel. So, das Streamen. Ich verstehe, was er gesagt hat, weil er halt nur... ...gemacht hat. Checkt ihr. Der Access hier ist kurz eingehoppt. Gut, das ist natürlich jetzt komisch. Weißt du, hier müsste ja irgendwo was sein. Wir haben irgendwas getriggert gerade wahrscheinlich. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Die Bibliothek ist mein Safe Space. Hier kann ich einfach ich selber sein und einfach mal meine gedankenfreien Lauf lassen. Ich habe den Schrauben. Ich habe den Schrauben. Nein, ist die Tür verbuggt. Scheiße. Wir müssen halt wieder hin, aber ich habe vergessen wo das war. Ich habe wieder hin, aber ich habe wieder hin. Ich habe wieder hin, aber ich habe wieder hin. Ich habe wieder hin, ich habe wieder hin, ich habe wieder hin. Ich habe wieder hin, ich habe wieder hin, ich habe wieder hin. Ich habe wieder hin, ich habe wieder hin, ich habe wieder hin. Ich habe wieder hin, ich habe wieder hin. Ich habe wieder hin, ich habe wieder hin. Wo ist der Elevator? Das ist ziemlich langsam. Aber sie würde mich jetzt dauerhaft verfolgen, wenn ich sie nicht angucke, oder? Richtig? War hier nicht auch ein Schacht? Die durch die Tür? Nee. Hier war doch ein Schacht, oder? Ja? 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 Das war's für heute. Das war's für heute nicht. Das war's für heute. 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 Alter 4. Hab Alter 4 gedrückt. Sorry. Upsi. Digga, was ist das? Das ist Grievous in deiner Prime. Come on. Digga. Ich weiß nicht. Alter 4 gedrückt. Ich wusste gar nicht. Ich muss nur mal neu starten. Felicitas. Digga. Das. Mach's ne Memory. Digga. Wieso? Don't speak. Ich muss jetzt nach vorne anfangen. Und ich muss, hey. Wo muss rein? hier das hier ganz recht richtig deswegen don't speak höppig wahrscheinlich aber man ich bin ich bin streamer ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll der tun? Stuhl-Tanz, Stuhl-Tanz! Stuhl-Tanz, 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 Stuhl-Tanz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter 4 Digga Das ist ein sehr großer alter Haar Alter 4 Ganz klar, Alter 4 gedrückt Einfach mal Ein richtiger, ein echter Mann erkennt Weil er Alter 4 zu drücken hat Check die Jungs Ich hab nichts gesagt Ich hatte 5 Bücher, das war so krass Also große Hände, ich hab keine große Hände, die Jungs Also schon Also Das ist ein iPhone 15 Pro Max Oh Gott Ne, alles gut Okay, ich versuch's jetzt noch ein, zwei Mal Aber Digga, ich bin halt scheiße Lass mich kleben No joke Das war crazy Und ich dachte, ihr könnt ihn mit dem Act Timer Wenn ich den mache, dass er das hört und dann darauf Fokus Checkt ihr Stuhl-Tanz, Stuhl-Tanz Stuhl-Tanz Erstmal Turbo Smart Oh Gott Bis ist jetzt mal das Ich will das Öl-Tanz Ich will das Schönen Ich will das Öl-Tanz aber ich bin scheiße. Oder bin ich so scheiße? Also es ist echt schwieriger als gedacht mit so keine Sounds machen. Ich weiß noch nicht, ist Sprinten irgendwie laut? Also lauter als normal laufen? Manchmal halt habe ich nicht, manchmal doch. Oh, hä? Okay. Man geht da noch mal rein, wa? In das Onlinespiel. Richtig genau. An Andi, du Arschloch. Sorry. An Andi, du Arschloch. An Andi, du Arschloch. An Andi. An Andi, du Arschloch. An Andi, du Arschloch. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Ich mach' Wasser an, ihr mach' Wasser aus, Digga. Er ist wie mein Vater, alter. ok wie als ob ich das wasserlevel steigen kann indem ich alle wasser hin anmache den hier dinge der hat meine paus scheiß wirklich mein verdacht er denkt er könnte mich fuhlen warum auch für ganze physio-team hat leverkusen verloren ja 3 0 man gewinnt alles und dann wird man so rasiert was das ist peinlich das wäre das letzte spiel gewesen um eine komplette in winzübersaison zu haben oder ja 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 ich weiß nicht ich bin gefickt ich bin gespawnt gebellfreuliches becken mein freund wir müssen irgendwas zu machen irgendwo oder feststacken digga ja ich bin irgendwie stuck hier ja 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 ieri nicht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, Ventil, Ventil, Digga, Eier lecken. Boah, will ich das jetzt noch zu Ende spielen? Digga, ich bin seit neun Stunden live, Jungs. Der Tod ist keine Kraft mehr. Vier Stunden schlafen wir in der Nacht. Die Räume spawnen ja immer anders. Das sind immer Kassen wie in der Holy Shit. Hm, maybe there's a way to raise the water level. Doch, 10, 30 Minuten wieder bei Fähigstum streamen. Ja, Alter, weiter mal. Ähm, aber... Einfach hatte ich nach einer halben Stunde Pause. Dann konnten wir die Eier einmal leer machen. Ähm... Hey, wir zocken jetzt, glaube ich, morgen. Lass es morgen nochmal zocken, oder? Das ist echt nen... Geil-O-Matico-Spiel. Und was ist das? Ist das Kai C... Ist das Kai C-Net auf 3 HP? Auf 3 Chemie? Der Kai auf... Ich kann Kerzen-Effekte ändern gleich. Ja, okay. Ähm... Nee, Chat, aber das war geil. Horror hat übergebockt noch. Das war... Das Spiel ist echt nicht schlecht. Aber ich hab nicht mehr die... Ähm... Muße, um... Das grad zu verkraften. Das ist doch mal der Hammer. Schau mal, Jungs. Dankeschön. Das... Das ist doch mal der Hammer. Das ist doch mal der Hammer. Ja, schau mal der Hammer. Das ist doch mal der Hammer. Das war letztes Jahr. Ich hab' nie geteilt. Das war das... Vielen Dank.